Ja, hey und willkommen zu einer weiteren Folge. Actually in einer weiteren Bonus-Folge, weil wir einfach mal wieder krass sind und heftige Dinge tun und irgendwie muss ich euch die zeigen. Ja, seht einmal selber. Viel Spaß. So lost kann es doch eigentlich nicht sein, dass ich einen fucking leuchten Bären nicht sehe. Dann der Apparentire-Bier. Da ist drauf, die können nicht unten spawnen. Also die Dödis und die Dryax und so, die Apparent-Watze sind auch oben gespawnt. Also, ich will nicht sagen, dass sie nicht unten, also es kann sein, dass sie unten spawnen können, aber bis jetzt ist kein Apparent unten gespawnt. Ja, also bei einem Bären irgendwo, wo ist das? Im Redwood, oder? Nee, hier Emerald Forest. Bei, wie heißen der Forest da unten im Arbe? Gibt es da irgendwas, das so heißt? Emerald Forest bin ich gerade. Wait. Oh, die machen alle zusammen in irgendeine Richtung. Ich schau mal, was das für ein Tribe ist. Ach, ich habe eine Vermutung. Jing-Chang-Yu-Gon. Okay, das ist nicht meine Vermutung. Na ja, wollen wir, wollen wir da einfach frech sein? Ich bin theoretisch drei Meter hinter dir. Ich würde mein Dino irgendwo parken. Ich habe zwei Wölfe am Arsch. Player. Ich habe mein Dino hier geparkt. Ich habe den Bären gefunden, der ist hier oben. Ich habe den TP-Stein in den Typen durch. Los, kannst du TP-Stein hier kurz, Niki? Oder soll ich machen? Äh, ja. Mach, ich mach. Keine Ahnung, okay, mach alles drauf. Äh, ja, also ich gehe durch direkt, aber Nogga halte ich mal bereit mit einem anderen Kahn. Ja. Ich hoffe halt, der killt mich nicht einfach mit drei, vier Hits. Boah, kann das schon sein, je nachdem, auf welches... Achso, wir haben die mal gleich, aber... Da ist ein Wolf. Ja, no. Wo ist der Bär? Wo ist denn der Bär? Ja, hier. Also rechts. Da, wo ich bin. Einfach da ein paar Meter weiter. Okay, ja. Fein. Ah, ich sehe ihn. Er beißt mich halt, Wolf. Mein Gott, ich habe so Angst vor dem Bären, aber du fackst. Wo ist hier Wolf wieder? Ja, ich weiß. Richtig low mittlerweile. Es leckt halt einfach. Ja, oh, what the fack. Gut. Ja, haut dir super hart aufs Maul? Ja. Ja, super hart, super hart. Also super hart, super hart. 1800. Ähm, ich mach mal schnell Fans Foundations. Ja. Soll ich, soll ich weiter hitten oder so? Ah ja, okay, ich muss eh, also er tötet mich eh. Dann mach ich ihm noch so viel. Ja, dann irgendwie aus der Basin am besten eine Trap mitbringen, oder? Ja, ich glaube, was ich hier mache, könnte reichen. Ja, aber man macht direkt durch. Alter, what the fack. Ja. Äh, brauche ich da Hazard? Nee, nein, 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 nein. Okay. So, der hätte so einfach auf groß stellen können, aber... Ah ja, stimmt. Der hat mich auf aggro. Ungemütlich. Äh, ich porte den... Ronto in die Base, aber bleib hier. Weil, ja. Der steht da jetzt halt, vielleicht ungünstig, aber... Ich war Two-Hit? Dann schnappt sich irgendjemand die Trap. Äh, ja, die Trap ist, ist int. Ich mache eine richtige. Actually, ich mache kurz drei Billboards und eine Bär-Trap. Oder der TP ist im Gegner. Habt ihr gehört? Da sind zwei Leute jetzt bei mir. Ja, ich sehe es. Ich porte jetzt einmal zu dem Awesome. Keine Ahnung, scheiß drauf. Bist du da auch noch mit dem Kanu? Ja, natürlich. Wo ist der Abzug? Ich bin bei dem Bär und bei der Leiche. Äh, äh, Pragit, geh dahin, wo der Bär ist. Pragit, geh dahin, wo der Bär ist. Da sind vier Leute jetzt. Mein Bär ist halt gerade im Arsch. Ich kann nicht. Ich will den kurz nach Hause bringen. Äh, 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 okay. Hier sind vier Leute halt. Also, ich würde gerne meine Leiche looten. Keine Ahnung, chillt er halt. Ja, das ist total schwer, Koff. Macht ein bisschen Präsenz oder so. Ganz kurz. Ja, die Leiche hat noch keinen Schwein gesehen, aber... Ich komme jetzt nicht an der Base. Der Bär wird in der Base tepiert. Äh, sonst komm, nimm den Spino mit. Äh, Rapix hat doch noch einen High-Level-Spino. Da, rechts. Ja, siehst du. Ja, ja, ich habe ja einen Leichenstrahl. Ja, kein Plan. Ja, mir rennen halt drei Leute hinterher, Robin. Also, ich brauche dich nicht beschweren. Wo kommt der Spino? Der Spino jetzt hin. Wo, wo portest du? Da, wo Dura auch reingeportet bist. Okay. Ja, ne, die... Okay, Bär müsste eingebaut sein. Jetzt auf jeden Fall. Äh, wer, wer... So, Sniper auch geht. Ja, das hat sich irgendwie mit Schocken glatt. Ey, warum ist mein Bär schon wieder hier, Benni? Ey, der steht nicht da. Da steht kein Bär. Echt? Okay, bei mir steht er hier. Ey, doch, jetzt steht er bei mir auch da. Aber eben stand er noch nicht da. Hast du die Bär anfangen wieder aufgehoben, sicherheitshalber? Ja, wenn er jetzt stirbt, dann ist halt so. Dann ist scheiße, aber... Ja, schon, aber das Viech hat keine lange Halbwertszeit, würde ich sagen. Achso, du kriegst ab und dann noch einen Hit, wenn du da reinschlägst, oder? Nee, 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 von dem Viech nicht, aber wenn hier zehn Leute kommen... Ja, deswegen will ich ja... Will ich ja Wade haben. Also Wade frei haben. Da beim Spino einen Sattel drauf und dann kommt... Nimm immer noch eine Focal mit, wenn du nicht unterwegs bist. Ja, mir rennt... Kann ich dir geben, groß Gott, Alter. Ja, wo seid ihr denn? Ja, Richtung TP, da. Okay. Irgendwas detected bei uns in der Base? Frashed, ja. Ich sehe da links Schallwitzzahlen. Ja, ja, oh Leute. Ja, ich habe halt auch gleich keinen Chest mehr, mir wurde schon einer weggeschossen. Ja, mir noch... Oh Gott. Oh, ich habe keine Hose mehr, scheiße. Also ich habe schon noch eine Hose, aber ich... Ich mache erst mal kurz Frashed. Wo steht der TP in der Base groß? Einfach ein paar Meter rechnen. Ich bin deutlich super aktiv. Renn halt weg, Frashed, wenn sonst... Der eine, der dich chased hat, hat einen guten Hit. Ja, es laggt halt wie Scheiße auch, ne? Also... So leicht ist das halt nicht. Die sind aber dumm, die springen die ganze Zeit. Ja, ja. Nochmal einen dicken Shot kassiert. Hier, der vor mir hat keine Hose. Zu hollow. Ja, es laggt. Und ich bin ein Idiot. Kappe ihn. Kappe ihn. Los, hinter dir kommt einer of care. Naja, habt ihm seine Waffen geklaut. Hat einen guten Hit, der Typ. Geht auf Chest bei dem. Hat noch einen Hose. Hit noch. Ich habe hier den Kano irgendwie claimt in der Base. Ja. Ich habe Combat noch. Also ich stehe auf dem TP und kann durchkommen. Da ist Orson. Neh mir den Typen noch? Ja. Ne, ich sehe ihn nicht. Da rechts. Ist das Ding, ist der Bär getrappt oder was? Ja, der Bär ist getrappt. Naja, schlägt da rein. Ja, ja, mach ich einfach. Naja, schlägt doch dann. Ja, ja. Nut. Ich bin jetzt auf dem Weg mit dem Spino. Wo muss ich vom TP her? Rechts, direkt hinter dir. Los, kannst du mir kurz gleich mal eine Chestdruck, wenn du noch eine hast? Jo. Warte, sonst wir können noch in die Leiche. Also ich kann dir kurz aus der Leiche eine mitnehmen. Wo ist denn der Typ? Ja, ich droppe hinter dir Fokus jetzt gleich. Wo ist hier noch ein Player? Ja, irgendwo ist hier noch einer. Hier ist gerade noch einer hier ran gewesen, ja. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wo der jetzt gerade ist. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wo der jetzt gerade ist. Hier ist er in der Chest. Ja, warte, ich droppe den Fokus. Machen sie raus? Ja, nur 20 Stück. Lauf gerade mit 50 rum vom Looten. Hier bei mir, Benni. Hier bei mir, hinter dir. Wo ist hier vorne? Ja, ich gucke hier nach dem Player. Wo sind die Dudes? Ach, machen die Richtung Bär oder was? Weiß nicht. Nee, 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 die sind irgendwo. Der war halt da dran beim Spin-Owner. Nee, aber das ist jetzt halt schon wieder ein paar Sekunden her. Wo ist denn der Bär? Der ist hier hinten rechts auf dieser Landzunge. Da kommt man nur hin, wenn man hier an uns vorbeikommt. Lootet jemand von euch gerade? Ja. Okay. Ich hab's auf die Range-Penal nicht gesehen. Habt ihr noch Zeug? Ich hab dem nur seine Waffen geklaut. Ich hab jetzt halt nur eine Rüstung dabei. Ich kann dir theoretisch... Ja, Leute, der hatte eine 140er Pumpgun. Die dropp ich halt. Holy shit, Alter. Die sind ja komplett under-equipped. Ja, teilweise auch Prum-Rüstung gewesen. Hauptsache, die haben den scheiß Dino schon wieder gekillt und sogar den Sattel gelootet. Weil wir den Sattel haben. Geht ihr gegenüber auf der Klippe? Ah, nice. Gegenüber auf der Klippe ist ein Player. Okay. Ja, ich heete da auch hin. Hier vor mir. Ja, seh ich's. Jetzt fieh ich jetzt halt gleich im Arsch. Ja, ja, mach halt weiter. Macht wieder hoch. Ich bleib jetzt hier. Ah, ich hab DNTP gefunden. Hier vor mir links, Benni, vor mir links. Blau, oder? Ja, frissen. Instant fressen. Ja, mach ich. Funkraketen? Ich hab DNTP entfernt. Kannst du nicht töten? Nein, du musst nicht getötet werden. Du kannst auch einfach in die Base... Oh, also einfach in die Base zurück. Wo ist der Klippe noch auf der Klippe? Bring mal hin. So oder so, gut. Ja, wo... Auf der Klippe oben, oder? Ja, ja. Ja, sag los. Also, komm mal einfach mit. Hat einen ordentlichen Schuss in die Fresse kassiert. Ich glaub, der hat keinen Helm, Mann. Ich hab keine Stamina mehr. Wo ist der Ghost? Läuft zu unserem TP hoch, nach links, hinten. Ja, wobei, ich glaub, ich töte dich einfach. Irgendeinen Tyler, der auf jeden Fall nicht an. Wir kommen hier mit dem Combat und so. Hat zweite Kills, hat der Kimmig einfach. Ja, zieh dich aus, pack deinen Scheiß. Hier ist noch einer. Pack deinen Scheiß in den Kanu. Hier im Busch. Ich spreng den TP hier runter, da. Hab ihn. Warte, ich hau alles in. Ähm, meine Rottbar kannst du ja noch rinräumen. Geh mich mal. Okay, natürlich. Mach. Ich hab noch rei getötet. Was habest du jetzt für eine Rottbar? Blau. Blau, ja. Zweizelöl für Blau. Es ist so dumm. Es ist so scheiße dumm, Alter. Müsst du auch mal unseren Grinder ausleeren. Der ist halt auch voll mit Mats, ne? Alter, dieser Mats ist halt wirklich überall, ne? Das ist halt insane. Ich seh das fähig. Da sind T-Rät sie zugange. Ähm. Und eine noch nicht angeschaltete Fob von Tempest. Ach, scheiße. T4 dabei? Ne, eben nicht. Play so jedenfalls mal TP, der Unbenannte und so drinnen rein. Okay, Fob ist mittlerweile an. Naja, also. Ich bleib jetzt hier mal in der Nähe. Schau mir das Geschehen mal recht schön an. Und bin dann auch gleich. Ich würde tatsächlich auch nochmal Holz holen. Geh da. Das ist einfach ein Freund der Sonne. Einmachen schnell. Ich mach das. Bau du lieber da schon mal die Dinger halt. Zumindest die Grundtiefe Stötze kann ich auch machen. Ja, ist ja gut. Ich geh ja schon wieder. Also zum aktuellen Zeitpunkt sieht es so aus, als hätten die das. Die Halbstellen, die auch immer mehr Normals sind. Das sind sicher. Die Fob ist weg. Never mind. Aber die Fob ist einfach Ching Chong. Komplett gone, Alter. Also da steht nur noch die V und die. Oh, Alter. Also dann doch hingehen, oder wie? Mhm. Ja, also wenn, dann sollte man hier wahrscheinlich mit Big Time Auftritt am Start sein. Also wie gesagt, direkt vor uns, da wo es explodiert und so, da standen ursprünglich die Fob. Wer kommt? Ja, Wasserbuff holen, Leute. Wasserbuff. Ja, ja. So, dann hin da, oder? Vor mir ist noch ein Baryonyx. Das könnte man theoretisch aus Schießen gehen. Ja, drauf da. Oder auch andere Sachen. Hier, das war vorher das Rare Sighting. Lass den Rare Sighting umlatschen. Wo sind der? Hier, direkt vor, Benny. Hier ist ein Bärin in die Schluft rein. Vorne, vorne, links. Ja, bin halt ziemlich lange drücken. Ja, ja, der Kano ist halt sehr langsam. Bin Bärin hinterher, oder was? Ja, ich hab den geslowt. Kommt ran hier. Ja, der Kano ist halt sehr langsam. Und der Duty ist halt auch viel langsamer als ihr. Da steht ein Teleporter. Hier, Ghost, hast du C4? Nein, hab ich nicht. Ghost, Kano, Ghost, Kano? Wart, Kano. C4. Warte, ich mach's weg. Ich mach weg, ich mach weg. Alles gut. Der andere Kano von denen hier ist low. Ich geh den gerade mal ein bisschen chasen. Ich mach mal so ein bisschen unseren Stress-Mach-Kollegen gerade. Weißt du, du machst das Ding weg? Ja, warte, das war ein Rechtsklick. Rechtsklick, ja, 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 ja. Wir werden besnipet von hier drüben. Ja. Auf dem Berg. Und wo? Hier, bei mir oben. Ja, ich bin neben dir. Ich seh halt niemanden. Oh, da sind eine ganze Menge Leute. Ich hab auf jeden Fall Sniper-Schutz ab und irgendwo. Ja. Hier, Kano ist der die. Nicht von denen an. Äh, Wolf, bei mir ist nur ein Wolf. Ja, ja. Nice. Wolf ist kapiert. Ja, ja. Der Wolf ist aber, glaub ich, Freunde der Sonne. Also scheiß, Mofki. Oh. Äh, C4. Nee, ich hab mir ein bisschen. Ach so. Oben steht ein Bär. Ich geh den Bären angreifen. Na, komm mit hoch. Links hin. Ja, ja, bin dabei. Zwei Bären bei mir. Ja, nice, wenn irgendwer hier bei mir bleibt, ne? Ja, lass mich in Spino's unten bleiben. Entschuldigung, das ist ein guter Call. Ja, dann bleib ich mit dem Mute hier aber auch. Äh, ich geh drüber. Ja, ja, ja. Ja, wir lassen uns zum Wasser. Ja, ich krieg halt hier dauerhaft mindestens vier Sniper-Shots ab. Also ich kann auf Dauer nicht zwei Bären fighten. Ich kann ja versuchen, die ein bisschen im Kreis zu kiten, aber... Wo snipen die? Also das Ding ist, ich würde halt... Ja, ich hab ja nur eine Seite, wo ich besnipen werden kann. Ja, dann steck mich einfach vor, ich pass. Ja, lass dich halt nicht erschießen, ne? Ja, alles gut. Der ist schon die Belogen. Du weißt, er ist schon die ganze Zeit blutig, aber... Ich muss nur den Dino ein bisschen rausmachen. Kannst du einmal kurz Waffen, Red Becks? Ja, wo bist du... Ja, warte. Ich mach den, wenn ich überhaupt groß war. Der Ding ist tot. Ich muss halt immer absteigen. Riot Boots, wir sind fertig, raus. Gut. Okay, zurück zum TP. Habt ihr es tot, oder was? Vorsicht, Raketer. Ja, dann zurück zum TP, ja. Hinterm U-T-Low war noch. Du redest hier, ist noch Abbot drin. Ja, aber ich kann den halt nicht beißen, weil es bringt halt nichts. Äh, ne, der TP ist ein gutes Stückchen rechts, Leute. Ja, wollen wir hier noch Ammo looten? Ne, oder? Scheiß drauf. Doch, 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 doch. Wobei, guck mal rein, was da drin ist. Es fliegen halt Rockets auf euch, ne? So Tschüss, Zähne, und mein Fisch ist auch hartloch. Lass es rausmachen. Zwei, Bären auf der Klippe. Ja, raus. Einfach raus. Lass einfach, ich bin grüner Obi. 100 Bullets pro Töte, Alter. Ja, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Scheiß auf 100 Schuss, scheiß auf 100 Schuss, bewegt euch. Ah, unser TP wurde sowieso gesprengt. Heißt, wir haben liquid frei. Ihr habt welche dabei? Ja, das ist einfach frei. Ich hab drei auf jeden Fall dabei, ja. Ja, ich hab auch dabei. Verkauft den Kano nicht, Leute, ne? Ja, tun sie schon, alles gut. Dann musst du was sagen. Hast du einen Cryopod für den? Ja, aber ich wollte nicht da cryon. Ja, aber dann cover ein paar Meter weiter und cryon den. Wollen wir nicht hier mal TP placen? Cryon den? Ah, hier haben wir schon noch PvP oder können zumindest angeschossen werden. Das würde ich nicht eingehen, das Risiko. Ja, da ist mein Fisch low. Autsch. Zu viel zum Thema. Okay, ich cryon mein Fisch auch. Ab, Alter. Was hast du? Äh, jetzt. Dann lass dir den grüner Obi raus. Ja, ich mach hier einfach TP auf large. Ja, das ist ja nice. Alle da? Äh, ja. Denk ich, wir werden Combat sein. Real. Ja, 30 Sekunden aber nur noch. Ich hab 500 Bullets mitgelassen. Betzt du dich auf die Thames auf jeden Fall. Ja. Ich bin drüben. Ich bin auch drüben. Ich...